Ben Hardy ist ein britischer Schauspieler. Leben Ben Hardy wurde im Januar 1991 in England unter seinem Geburtsnamen Ben Jones geboren. Er wuchs in Sherbourne auf und besuchte dort die Griffin School. Bereits 1998 begann er mit dem Theaterspielen und war in dem Stück The Judas Kiss zu sehen, welches 2012 durch das Vereinigte Königreich tourte. Im April 2013 konnte sich Hardy eine Hauptrolle in der langlebigen BBC Daily Soap EastEnders sichern. Er übernahm die Rolle des Peter Biel, welche zuvor von Thomas Loh dargestellt wurde. In der Soap war er vom 7. Juni 2013 bis zum 24. Februar 2015 zu sehen. Im Februar 2015 wurde Hardy für den 2016 erscheinenden Film X-Men Apocalypse verpflichtet. Filmografie 2013 zu 2015 EastEnders